So. Hallo! Ich habe eine kleine Fragerunde gestartet, was ihr denn davon halten würdet, wenn ich mein altes Format Hassalphabet wieder auspacke. Und ihr habt euch auf Facebook, Twitter und besonders auf Instagram unter dem Bild, wo ich eine Katze käme, mit euren Kommentaren erschlagen, dass ihr es gerne wiederhaben möchtet. Und wer mir auf meinen Social Media Plattformen folgt, der weiß ja, dass ich selbstständig bin. Und wer vielleicht selber selbstständig ist, der weiß, dass es nicht unbedingt immer einfach ist, sich damit über Wasser zu halten. Aktuell kann ich mich über meine Auftragslage nicht beklagen. Allerdings kann ich es mir nicht leisten, zu viel Zeit für YouTube zu investieren. Trotzdem habe ich wieder mehr Lust, aktiv selbst vor der Kamera zu stehen und ich möchte gerne etwas Eigenes entwickeln. Äh, du meinst, dass wir jetzt zusammen einen Hunderberg trinken? Nein, Senior Gon, verpiss dich. Ihr dürft mich mit einer kleinen Spende unterstützen. Und ich rede hier nicht von einem Paket Süßigkeiten oder einer Nutte in der Torte. Nein, ich rede von einem Euro im Monat. Ich plane aktuell, mein altes Format Hassalphabet immer am 1. des Monats zu veröffentlichen. Und diesmal komplett und besser gemacht als früher. Ich meine, seriously, schaut euch doch mal das alte Intro an. Wen schweigert das auch, dass die eingeblendeten Bilder nicht zur Melodie passen? Ist beim Ernst! Also das heißt, am 1. jedes Monats wird es abends eine Folge Hassalphabet geben und diesmal wesentlich besser produziert und recherchiert als vorher. Ich denke schon, dass ich für eine Folge 3-4 Tage Zeit brauchen werde. Wenn euch also das Hassalphabet oder alle anderen Inhalte auf diesem Kanal 1 Euro im Monat wert sind, dann könnt ihr mich via Paypal unterstützen unter www.patreon.com slash masterjam. Falsche Seite, falscher Finger. Kacke, hier muss das eingeblendet werden. Spiegel verkehrt. Wenn dafür vielleicht schon 100 oder 150 Leute zusammenkommen, dann würde sich der Zeitaufwand für mich schon lohnen. Wenn du allerdings der Meinung bist, dass das, was ich hier gerade mache, Bettelei ist, dann spare dir deinen *** Kommentar. Denn ich frage dich hier nach einem Euro im Monat, um meine Produktion zu unterstützen und nicht nach der Niere deiner Kinder. Du musst das nicht tun. Mit dem Geld werde ich übrigens nicht in den Urlaub fahren und auch nicht meine Miete oder so bezahlen. Es ist dafür gedacht, meine ganze Technik hier, also Lampen, Kamera, Rechner drüben, all sowas, zu erweitern und zu verbessern. Und ich möchte es in weitere Produktionen investieren. Ich denke da zum Beispiel an ein Covermusikvideo, das ich gerne drehen würde. Aber das kostet halt alles Geld. Das heißt, mit einem Euro im Monat kriegt ihr nicht nur zu 100% euer Hassalphabet. Nein, ihr unterstützt auch meine weiteren Produktionen. Aber das ist noch nicht alles. Echt, wie ihr mich so ein Wärme treiben. Nein, aber im Ernst jetzt, ihr genießt noch weitere Vorteile. Auf meiner Spendenseite, patreon.com slash masterjam, könnt ihr aktiv mitentscheiden, über welche Themen ich reden soll. Und alle Leute, die spenden, werden am Anfang jedes Videos eingeblendet. Und auch das Thema der jeweils kommenden Folge werdet ihr dort schon erfahren. Ihr könnt mir dann Kommentare oder kleine Videoausschnitte mit eurer Meinung schicken, die ich dann gegebenenfalls ins Video einbauen werde. Und auch wenn es für die Produktion der Videos ist, ich fühle mich trotzdem komisch, nach sowas zu fragen. Seid ihr cool damit? Schreibt mir mal einen Kommentar und gebt mir einen Daumen hoch, wenn es so ist. Nach Daumen hoch, Geiern. Also, wenn du einen Euro im Monat übrig hast, dann würde ich mich freuen, wenn du mir helfen würdest, mein Hassalphabet wieder auf die Beine zu stellen. Das erste Thema für nächsten Monat steht auch schon fest. Es ist A wie die AfD. Und dazu habe ich einiges zu sagen.